So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Crowdfunding-Überblick im September. Wir sind zwar gerade kurz vor der Spiele, aber natürlich bei Kickstarter und der Spiele-Schmiede gibt es meistens sehr interessante Projekte. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Tatsächlich meine Nummer 1 für Essen in diesem Jahr. Da gibt es eine Expansion zu, da kann man das Base Game nochmal bestellen. Ich würde sagen, gucken wir einfach mal rein. Und zwar ist bei mir persönlich aktuell mein Essen 2018-Highlight auf jeden Fall Everdell. Und ich habe mit dem Verlag Kontakt nochmal aufgenommen und habe gefragt, wie sieht es aus? Wie seid ihr in Essen aufgestellt? Wie viel bringt ihr mit? Was ist mit der deutschen Version? Und eine deutsche Version wird es auf jeden Fall erst im nächsten Jahr geben. Und die haben zwar ein paar Exemplare dabei, aber haben jetzt auch nicht so eine super riesengroße Auflage. Die haben wirklich nur wenig Rest-Exemplare. Also wenn ihr jetzt am Wochenende kommt, rechnet nicht damit, noch eins zu bekommen. Und daher würde ich eben nur raten, wenn ihr auf Everdell neugierig seid, dann guckt euch einfach meine Kickstarter an, weil da könnt ihr gleich das Grundspiel mit der Erweiterung bekommen. Zwar beides auf Englisch, aber wenn das für euch kein Problem ist, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das Spiel zu bekommen. Und ihr seht das hier schon, das Artwork im Spiel ist einfach wunderschön. Und es war ja immer so ein bisschen die Frage, ist das jetzt nur knuffig oder kann das auch was? Und das Spiel ist, ich will jetzt nicht sagen bretart, aber schon gut tiefgehend. Man versucht ständig so tolle Kombinationen hinzubekommen und irgendwie aus wenig viel zu machen. Und meistens denkt man sich in der ersten Runde so, oh Gott, ich habe hier zwei Arbeiter. Und konnte man gerade mal zwei Rohstoffe holen, habe vielleicht zwei Karten ausgespielt. Wie soll ich am Ende auf 15 Karten kommen, die man maximal haben kann? Und es kann sein, dass ihr nach der dritten von vier Runden schon sagt, oh Gott, ich habe nur noch zwei freie Plätze. Verdammt, wie kriege ich jetzt da noch maximal Punkte raus? Wie kriege ich diese Brieftauben wieder aus meiner Stadt, die zwar cool waren im Spiel, aber jetzt gar keine Punkte mehr bringen. Also es ist wirklich echt ein cooles Spiel. Und die Erweiterung besteht halt so aus diesem Fluss, den man so daneben legt, in Pearlbrook. Und da gibt es eben eine neue Währung Perlen, die wahrscheinlich auch wieder klein und rund sein werden und wegrollen werden. Es gibt halt hier diese neuen Achievements, die man holen kann. Es gibt jetzt irgendwie, das sind glaube ich Frösche. Es gibt so River Cards, 15 neue Karten fürs Main Deck, 8 so Adorman Cards. Und ja, das ist ein bisschen interessant, weil, also auf meinem Tisch, wenn ich dieses runde Spielbrett da drauf lege, das ist schon gut voll, man kann da noch ein bisschen so neben bauen. Aber wenn man jetzt noch so Spielbretter daneben legt, und da kann man ja noch viele drum herum legen, wird der Platz schon erledigt echt klein. Also das ist, also ich werde es auf jeden Fall aufzulegen, weil ich das Spiel mega gut finde. Also es macht richtig Spaß. Hat für mich so ein bisschen Imperial Saddlers und Fifty First State abgelöst. Fifty First State noch nicht so ganz wirklich, weil da mag ich das Thema sehr. Aber hier ist es einfach ein super, super cooles Spiel. Also wenn ihr da mein Video noch nicht angeguckt habt, guckt es euch an, weil das ist, wie gesagt, für mich aktuell so das Essen 2018 Highlight. Und ich bin nochmal gespannt. Hier sind diese Wooden Twigs nochmal geändert, weil die rollen echt einfach vom Tisch. Also wenn die erstmal liegen, liegen die, aber soweit man irgendwo gegenkommt, rollen die durch die Gegend. Und hier haben die nochmal so eine Kante drin, dass die nicht mehr so rollen. Es gibt hier auch Rezensionen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die meine gar nicht verlinkt haben, weil ich den vielleicht nochmal schreiben soll. Problem ist halt, ihr seht das, hier ist nicht ganz so super viel Zeug. Und halt so dieses Brett und diese Marker. Also es ist schon nicht so wenig. Aber wenn man sich jetzt mal den Preis anguckt und sieht, so nur die Erweiterung 34 Euro. Das ist jetzt auch nicht ohne. Nur das Grundspiel kriegt man für 65. Und wenn man sich beides zusammenholt, dann hat man halt für 90 Euro das Spiel mit Erweiterung. Und es ist auch einfach ein super Spiel. Ob es einem jetzt halt so viel Geld wert ist, muss man einfach selbst entscheiden. Aber wie gesagt, Leute sind ja durchaus bereit. Auch, ich habe mal einen Kommentar, also ich habe mal ein Spiel gemacht, wo ich gesagt habe, hier, das spielt ihr vielleicht dreimal dann da jetzt im Schrank. Und da hat ein Enke mal geschrieben, ja super, drei Abende unterhalten für 30, 40 Euro. Super, ist toll wie Kino. Kaufe ich mir, ist überhaupt kein Problem. Also da muss man mal so ein bisschen überlegen. Wobei hier, also ich habe jetzt, ich habe das Spiel seit drei Wochen oder so. Müssen wir mal gucken, ob ich die Rezension gemacht habe. Ich habe es in der Zeit 10, 12 Mal gespielt und das wird nicht die letzte Partie sein. Einfach, weil es super cool ist, richtig viel Spaß macht. Auch natürlich immer ein bisschen von den Karten abhängt. Wie bekomme ich die jetzt auf die Hand und was kann ich da machen und welche coolen Kombos kann ich bauen. Aber das Ding ist super cool und wie gesagt, die Erweiterung. Also ich würde mir die auf jeden Fall zulegen. Und wie gesagt, wenn ihr das Spiel noch nicht habt, ist das halt gleich eine Gelegenheit, sich beides zu holen. Oder vielleicht auch nur das Grundspiel in dieser tollen Kickstarter-Edition. Schaut einfach mal rein. So, das Projekt, das gerade auf Kickstarter meistens abgeht mit 1,3 Millionen. Ich kann auch sagen, fast nur 1,3 Millionen. Unstable Unicorns Controlling Chaos, the Becker Corn Project. Einhörner-Kartenspiel, wie man schon, also ich habe mich da jetzt noch nicht, also ich habe da schon auch mal durchgeguckt. Und irgendwo hier gibt es auch so eine kleine Kurzinfo, die so ein bisschen sagt, was man da überhaupt macht, wenn man hier runterklickt. How to play. Wer zuerst eine Armee aus sieben Unicorns oder sieben Einhörner hat, der hat gewonnen. Am Anfang seines Zuges zieht man eine Karte, dann spielt man eine Karte. Hoffentlich irgendwie Einhörner oder Upgrades für irgendwelche Einhörner. Irgendwer kann eine Instant-Karte spielen, die sagt, nee, oder anders, oder ich mache das nach, oder was auch immer. Und ja, hier steht auch schon, wenn man derjenige ist, der vielleicht zuerst sechs Unicorns draußen hat, dann gehen halt alle anderen auf ein. Man wird sicher nicht gewinnen und dann gewinnt halt der, der voll fünf hat, aber der dann heimlich irgendwie zwei aufspielt. Ja, hier kann man sich die Regeln angucken. Also ich habe Exploding Kittens. Das reicht. Das sieht so aus, als wäre das vom Niveau her ungefähr das gleiche wäre. Es ist tatsächlich auch, glaube ich, von anderen Herstellern, obwohl es schon irgendwie ähnlich aussieht, so von der Schachtel, dem Grafikstil und allem. Erinnert mich einfach sehr daran. Also da habe ich gesagt, das back ich jetzt nicht mal aus beruflichen Gründen, weil das muss man auch beim Kanal haben. Und nee, also ihr könnt ja gerne reingeben. Wenn ihr es denn habt, könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar schreiben, wie es ist. Aber ich lasse da auf jeden Fall die Finger von. So, dann gibt es Thief Stan von Daily Magic Games auf Kickstarter. Da habe ich ja auch schon ein Vorschau-Video dazu gemacht. Das ist ganz interessant. Das ist so eine Art Draft-Worker-Placement-Spiel. Kurz, knackig, gut. Guckt einfach mal mein Video rein. Man draftet halt vor Rundenbeginn immer so Karten. Und auf den Karten sind Orte drauf. Und auf die Orte kann man dann seine Figuren stellen, seine Räuber. Kann irgendwie die ganzen Treasures irgendwie eintaufen gegen bestimmte andere Karten, sich irgendwelche Charaktere holen. Versucht da irgendwie Mehrheiten zu bekommen, Punkte zu machen. Gibt es jetzt gerade auf Kickstarter. Hier ist auch tatsächlich mein Video dazu. Kickstarter Vorschau Prototyp. Da könnt ihr mal reingucken. Da zeige ich dann einfach, wie das Spiel funktioniert und gebe da einen Überblick drüber. Es wird aber auch als Räuberhöhle, glaube ich, oder so ähnlich bei Schwerkraft kommen. Das ist schon angekündigt. Das heißt, das könnt ihr jetzt backen, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch einfach auf die deutsche Version warten. So, dann gibt es aktuell Horizon Zero Dawn The Board Game. Ist auch schon bei 873.000 Euro. Basiert auch wieder auf einem Computerspiel. Ihr wisst, Computerspiele kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich glaube, das ist jetzt, dass ich wirklich aktiv gespielt habe, war World of Warcraft als der Lichtking gerade aktiv. Aber das war auch schon noch Saib aktiv. Davor Counter-Strike. Und ja, lange, lange, lange her. Aber das ist eben auch wieder so der Klassiker. Man hat eine Lizenz. Man hat da Miniaturen. Man überlegt sich ein tolles Spiel. Also ich glaube, wenn man jetzt halt das Computerspiel total cool findet. Ich würde fast empfehlen, spielt das Computerspiel. Hier kann ich überhaupt nichts Fundiertes zu sagen. Ich habe mir da noch keine. Also hier gibt es so Gameplay und das wird auch alles ganz toll sein. Aber macht mich jetzt erstmal nicht an. Das ist auch so ein Spiel. Das braucht sicher Kickstarter, um überhaupt ins Leben zu kommen, damit das wirklich realisiert wird. Aber da warte ich persönlich dann auch lieber die finale Version ab und gucke halt, ob die was taugt oder nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, bei Miniaturen Crawler spielen wir nicht mehr so ein bisschen. Das muss irgendwie so ein gewisses etwas haben, wo ich sage, hey, das klingt super cool. Oder auch nicht. Das hier hat das für mich jetzt nicht. Es hat viele coole Minis. Das ist ja auch immer für Miniaturen lieb, aber auch immer toll. Ihr habt ja einfach viel zum Anmalen. Das ist ja auch immer sehr entspannt, wenn man das macht. Kann man sich einfach durchklicken. Wie gesagt, wenn ihr das Computerspiel kennt, dann könnt ihr hier vielleicht mehr mit anfangen als ich. Für mich fällt das gerade so ein bisschen in die Kategorie Miniaturen-Spiel des Monats auf Kickstarter oder Miniaturen-Spiel der Woche. Da gibt es ja gefühlt pro Woche zwei Stück. Ja, muss man einfach mal gucken und abwarten. Also das ist auf jeden Fall ja auch schon durchfinanziert. Schon mehrfach überzeichnet, würde man einfach sagen. Kostet jetzt noch 100 Pfund, also 112 Euro. Dafür bekommt man hoffentlich eine Menge Spiel. Mal gucken, ob das cool ist. Werden wir dann sehen. So, dann ist Thieves' Fortune von Atipia Games. Die haben sich scheinbar so ein bisschen auf Draft-Spiele spezialisiert. Die haben ja schon dieses Fields of Green gemacht und Among the Stars. Und jetzt kommt halt, ne, Thieves' Fortune. Da spielen halt alle Spieler den gleichen Charakter, der sich aber irgendwie scheinbar in unterschiedlichen Zeitlinien unterschiedlich entwickeln kann. Es ist eben auch wieder ein Draft-Spiel. Das scheint sehr im Vordergrund zu stehen. Und die Karten haben auch verschiedene Effekte. Steht hier auch, ne? Unique Playstyle with cards shifting future present past. Also je nachdem, wo man sich gerade befindet, können die Karten wohl unterschiedliche Auswirkungen haben. Was sicher beim Draft sehr interessant sein wird. Ich habe mir hier tatsächlich noch kein Let's Play-Video zu angeguckt. Aber alles, was ich bisher so beim Durchblicken allein gesehen habe, finde ich reizvoll. Wie gesagt, ich mag einfach Draft-Spiele. Das soll auch in Essen schon verfügbar sein. Da werde ich dir auf jeden Fall anschreiben und fragen, ob ich davon ein Rezensionsexemplar bekomme, um euch das dann zeigen zu können. Aber es gibt tatsächlich Leute, die haben mich auch angeschrieben und meinten, hier, kannst du das zeigen? So ein Print'n'Play. Da habe ich gesagt, ja, Print'n'Play bin ich aber nicht so Fan von. Ich meine, ja, aber es wäre cool, wenn wir in die Sendung kommen würden. Ich meine, ja, ich mache eh eine Kickstarter-Sendung und dann mache ich eh mal interessante Spiele rein. Aber die Brett, also wenn man hier unten weiterguckt, dann findet man natürlich Rados-Videos und so. Und die Brettspiel-Heroes haben da schon ein Video zu gemacht. Da kann man mal reingucken. Dann bekommt man da jetzt schon mal einen deutschsprachigen Überblick, was das ist, wie das funktioniert. Das werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal angucken. Oder eben auch Rados-Video dazu. Und dann hat man eben einfach mal einen Überblick, wie das Ganze funktioniert. Ob das was für einen sein könnte. Wie gesagt, von der Idee her, dass man halt nicht so ein komisches Weltraumspiel hat oder so Bauernhof-Thema, sondern so ein Dieb-Spiel mit Draften und verschiedene Zeitlinien. Klingt super cool. Also spricht mich auf jeden Fall erstmal an. Und wie gesagt, vielleicht kann ich euch dann in ungefähr fünf bis sechs Wochen mehr davon berichten. So, dann Nanty Narking von Martin Wallace. Habe ich mal in News schon drüber berichtet. Ist jetzt eben auch live auf Kickstarter. Läuft noch acht Tage. Und das ist einfach Discworld, Ankh-Morpork, die neue Version davon. Also jetzt halt in so einem anderen Setting. Aber wird wahrscheinlich immer auch genau gleichlaufen, dass wir irgendwie in der Stadt sind, da verschiedene Viertel haben, unsere Arbeiter irgendwie reinsetzen können, Siegbedingungen haben, andere Leute versuchen, die zu verhindern. Und ja, das war auf jeden Fall damals ein nettes Spiel. Ich habe das zwei, drei Mal gespielt. Ist halt auch so ein klassisches Sieg-Verhinderungsspiel, weil ich begebe mich halt in Position, wo ich gewinne. Und dann muss ich halt noch eine Runde durchhalten. Hoffen, dass keiner jetzt an meinem Sieg was rum ändert. Und dann habe ich halt gewonnen. Und ich kann es schon selbst erreichen, aber ich muss halt warten und gucken, ob es klappt oder nicht. War cool. Hat auch, glaube ich, so für Scheibenwelt-Fans das Thema gut eingefangen. Aber nach zwei Partien war es noch gut für mich. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr dran geändert wurde oder nicht. Da kann man sich vielleicht auch mal Videos angucken und hier nochmal genau in den Kickstarter reingucken. Aber wenn ihr halt Discord, Unc Morpog nicht nur wegen des Themas cool fandet, sondern auch von der Mechanik her und jetzt sagt, nee, ich will da keine 200 Euro auf Amazon oder Ebay für bezahlen, habt ihr jetzt halt die Möglichkeit, das gleiche Spiel mit einem anderen Thema nochmal wieder neu zu bekommen. So, dann gibt es Makina Arcana from Beyond auf Kickstarter. Das ist tatsächlich die zweite Auflage von dem Spiel. Das erste ist schon 2014 rausgekommen. Und wenn man sich das anguckt, sieht das erstmal sehr spannend aus. Das sieht aus wie so eine Mischung aus Arkham Horror, Kingdom Death Monster, Descent, Castle Ravenloft, also soll auch ziemlich hart sein. Wir haben halt auch so eine Aufstelle, halt nicht Miniaturen, deswegen ist es wahrscheinlich auch relativ preiswert. Wir haben halt so Dungeons, müssen halt das Gelände im Dungeon gut für uns nutzen, können halt unsere Ausrüstung holen, wo wir dann die Ausrüstung kombinieren können und auch irgendwelche Sets haben können. Wir können die, glaube ich, nicht so craften wie bei KDM. Ganz viele Events, auch so einzigartige Sachen, die dann immer wieder passieren können. Und wenn man sich das hier so anguckt, klingt das erstmal echt cool. Klingt wirklich so ein bisschen wie die drei Spiele, die ich gerade genannt habe, in so einem Mix, der wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gespielt ist und vielleicht auf den Tisch zu bringen ist, als wahrscheinlich King of Desmons. Und nachdem ich dann hier gesehen habe, Returning Backers, wenn ihr die erste Edition gebackt habt, dann macht ihr und kriegt ihr auf jeden Fall Premium Level für umsonst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, guckst einfach mal auf Board Game Geek. Da hat es eine 7,5 bei 121 Kommentaren bekommen. Spricht halt auch dafür, dass es damals an die Kickstarter-Leute ausgeliefert wurde, die das so gespielt haben. Aber dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich gab es das Spiel einfach gar nicht zu kaufen. Eine 7,5 ist ein gutes Rating, sprich für ein Spiel, das okay ist. Und wie man hier schon sieht, die Ratings sind sehr unterschiedlich. Von einer 5 bis zu einem, wo das einfach gesagt wird, hier super schweres Spiel mit einem total schlechten Rulebook, bis hin zu Leuten, die sagen, es ist total super und mega geil. Es gibt dann auch ein bisschen differenzierte Bewertungen, wo eben manche Leute, also es finden halt manche Leute total großartig. Andere sagen, es ist halt ein super geiles Survival-Horror-Spiel. Andere Leute geben dann auch, sagen halt, es gibt ja auch manche Regeln, die haben einfach null Sinn. Die sind einfach nur da, um da zu sein, das Spiel irgendwie kompliziert zu machen. Also, ja, wenn ihr euch das anmacht und ihr sagt, hier so ein Mix aus diesen drei Spielen, das klingt cool, dann guckt einfach mal rein in die Videos, in die Rezensionen. Ähm, ne, hier steht auch, ne, also es ist auch ein bisschen, ähm, so Cyberpunk- oder so Steampunk-mäßig mit Xutulu. Also man hat so Xutulu-Gegner, gegen die man kämpft in der Steampunk-Welt als Dungeon-Crawler-Survival. Ja, also müsst ihr einfach mal gucken, wie euch der Mix anmacht. Dann gibt's hier immer noch so, ähm, Rezensionen, die sich damit damals schon auseinander, ähm, gesetzt haben und die halt eben auch sagen, hier, ne, Anleitung ist super schlecht und alle bessere Anleitungen und irgendwie, ja, Spiel, das gut ist, okay ist, dass es halt irgendwie Fehler hat und da muss man wirklich mal auch gucken, vielleicht auch den Kickstarter intensiver lesen, ähm, wurde da jetzt vieles besser gemacht, gehen die darauf ein, auf die Änderung oder ist es wirklich nur die alte Version nochmal ein bisschen aufgehübscht? Also durchaus ein Spiel, das mich interessieren würde, aber bei Dungeon-Crawlern bin ich ja mal ganz, ganz vorsichtig, weiß ja auch, ne, ich bekomme Blumenhaven nicht auf den Tisch und, äh, Eldritch Horror spiele ich auch relativ selten, wenn da mal Zombies seid, also, ähm, da ist mein Level auch gedeckt, deswegen gucke ich da jetzt nicht zwingend rein. Vielleicht bäckt das ein aus meinem Freundeskreis, dann kann ich euch das zeigen, wenn es da ist oder ich frage mal, wenn es ausgeliefert wird, ob die da vielleicht ein bisschen, äh, Puschel brauchen, aber würde ich jetzt persönlich auch erstmal nicht unterstützen, aber, äh, sowas ist auch einfach nicht meine Art von Spiel. Also, wenn ihr total auf solche Spiele abgeht, dann schaut da mal rein, das sieht interessant aus, man muss sich eben nur wirklich rein fixen wollen, das ist jetzt, glaube ich, kein Spiel, das man irgendwie eins, zwei Mal spielt und dann sagt man, äh, das ist total super, sondern man kriegt wahrscheinlich die ersten zwei, drei Mal nur auf die Fresse, bis man gelernt hat, wie das Spiel funktioniert und dann merkt man, ah, da kann was gehen, da kann was funktionieren, also werfen einfach mal einen Blick drauf. So, dann Parks Pamir, die Second Edition, ähm, habe ich in dem Video drin, weil es halt so gerade unter den hottesten Spielen ist, mit 132.000, manchmal reicht so ein Betrag für die Top Ten, manchmal ist man damit unter ferner Liefen, je nachdem, was gerade so los ist, äh, wie hier schon steht, ne, Navigate the Path to Power and this Interactive Strategy Game about Afghanistan in the 19th Century. Ähm, bei diesen Parks Spielen denken wir gleich an Sierra Madre Games, die auch immer Parks Renaissance und Parks Irgendwas machen, ähm, hat damit aber scheinbar gar nichts zu tun, ähm, 60 Euro ist auch schon ein stolzer Preis, wenn man sich hier mal die Komponenten anguckt. Ich weiß tatsächlich über dieses Spiel echt wenig, weil es, äh, interessiert mich persönlich irgendwie so gar nicht, auch wenn es sicher nett sein wird, aber wenn man hier mal wieder auf, ähm, Board Game guckt, die erste Edition hat eine 7,7, 306 Kommentare, sprich, das ist auch wieder für ein gutes Spiel, sprich, wenn ihr generell historische Spiele mögt, politische Spiele mögt, sowas halt zum Beispiel auch wie Twilight Struggle sowas ganz gerne spielt, oder auch diese Parkspiele von Sierra Madre Games, dann, äh, könnt ihr hier auch mal reingucken, euch vielleicht die Kommentare, ähm, durchlesen, die sind eben auch teilweise, ne, durchwachsen, teilweise sind die Leute begeistert, da, ich finde das halt immer ganz praktisch, wenn es sowas schon zu so einem Spiel gibt, sich das einfach anzugucken, und dann, also gerade aus den negativen, äh, Kommentaren liest man auch mal raus, okay, das wird mich wahrscheinlich auch alles stören, und man denkt sich, ja, ne, eigentlich klingt das Positive ganz cool, und dass das ihr nicht so geil findet, ähm, das stört, wird mich wahrscheinlich nicht so stören, und im Zweifel einfach mal so ein Video angucken, das es dazu gibt, also, ähm, ja, auch kein Spiel, das mich jetzt so anmacht, aber ist gerade so ein größeres Ding auf Kickstarter. Dann gibt's die Dale of Merchants Collection, das ist ja auch als Teil der Händler, Kaufleute, glaube ich, bei Schwerkraft erschienen, hab ich auch schon ein paar Mal gespielt, noch kein Video dazu gemacht, das kommt in den nächsten Tagen, äh, da gibt es jetzt acht neue Decks, 55 Character Cards, eine große Box für Storage, ähm, ja, vom Prinzip her so eine Art Deckbauspiel, wo ich die Karten mal wieder aus meinem Deck nehme, um so Marktstände in aufschlagenden, ähm, Werten zu bauen, und das Coole beim Spiel ist halt, dass man immer, also wenn wir zu dritt spielen, nehmen wir halt vier von den fünf oder sechs Decks rein, die es gibt, und wir können halt mal gucken, will ich ein Deck mit viel Glück, ein aggressives Deck, ein Marktmanipulationsdeck, ein Handkartenmanipulationsdeck, man kann sich also das Spiel so zusammenbauen, wie man es gerne hätte, auch da variieren, und da ist natürlich cool, je mehr Abwechslung es gibt, äh, umso besser, umso mehr kann man einfach immer ausprobieren, und, ähm, alles in allem muss ich sagen, fand ich das Spiel okay, als Teamspiel zu viert, wenn zwei Leute in einem Team sind und gemeinsam agieren und gemeinsam Karten spielen können und gemeinsam ihre Marktstände bauen, äh, da fand ich es tatsächlich am interessantesten, und hier muss man einfach mal gucken, wie das ist, wenn es halt noch mehr Auswahl, noch mehr verschiedene Mechaniken gibt, es gibt ja auch so Charakterkarten hier irgendwie, ähm, mit denen kann ich noch gar nichts anfangen, die gibt's in der Version, die ich habe, nicht, ähm, aber wie gesagt, das wird es wahrscheinlich auch irgendwie auf Schwerkraft, äh, bei Schwerkraft geben, zumindest gibt's für Schwerkraft schon das Grundspiel und die Erweiterung dazu, also würd's mich jetzt nicht wundern, wenn das auch alles da mal kommt, aber auch da könnt ihr halt mal einfach, ähm, reingucken, gibt's auch schon Videos dazu, ganz viele Leute haben da auch schon, äh, irgendwie was zu erzählt, und, ähm, ja, ne, Teil der Kaufleute, schaut einfach mal rein. Und das war's auch schon auf Kickstarter, in der Spieleschmiede gibt es gerade nicht so super viel, ähm, The Networks Geschäftsführer ist eine Erweiterung für The Networks und Shikoku, ähm, The Networks ist ja ein Spiel mit einem coolen Thema, wir Menschen eine Fernsehstation, aber super einfach, ich hab das auf der letzten Spiel mitgenommen, ich hab das hier, ich hab mir die Anleitung schon durchgelesen, es hat einen Solo-Modus, ich hab viel davon gehört, äh, viele Rezensionen mir angeguckt, Kommentare angeguckt, ich weiß, es ist ein Spiel, das ich nicht so super cool finden will, deswegen hab ich's bis hin natürlich auf den Tisch gebracht, deswegen lässt mich jetzt natürlich auch die Erweiterung kalt, weil ich glaube nicht, dass die dieses Spiel signifikant besser machen wird in meinen Augen, aber ich muss es, also ich werd's hoffentlich dann demnächst auch nochmal ausprobieren können, ähm, Shikoku habe ich gerade im Kopf, dass das eigentlich auch auf Kickstarter gerade irgendwie aktiv ist, müsst ihr auch einfach mal reingucken, äh, gibt's jetzt auch echt ungefähr gar keine Infos zu, also das ist hier ein bisschen, äh, ja, also, ja, die Seite ist, ja, muss man sich einfach vielleicht mal in das Video reingucken, ähm, ist schon fast durchfinanziert, braucht halt noch, ja, 120 Euro, dann ist es durch, ne, 43 Schmiede, das Spiel kostet halt auch nur irgendwie 21 Euro, also es braucht noch ein paar Leute hier mitmachen, aber, ähm, ja, könnt ihr einfach mal reingucken, das sind halt gerade so die Sachen, die es in der, ähm, Spiele-Schmiede gibt und das war's dann auch tatsächlich, also, ja, mehr kann ich euch gar nicht erzählen, ähm, ich glaube in diesem Monat sollen noch ein oder zwei interessante Projekte kommen, ich werde dann, wenn ich es schaffe tatsächlich, weil wir sind gerade kurz vor dem Spiel, da gibt es viel zu tun und, ähm, euch dann einfach nochmal ein Video machen, vielleicht auch ein kürzeres, wo ich nur über so zwei, drei, vier Spiele rede, ich glaube, das kommt ja auch ganz gut an, es müssen ja nicht immer zehn, zwanzig Spiele, ähm, pro Video sein und ich habe ja auch schon immer mal wieder erzählt, hey, ich überlege auch vielleicht mein eigenes, äh, Crowdfunding-Projekt mal zu starten, meine eigene Kickstarter zu machen, ja, bin ich momentan wieder so ein bisschen von abgekommen, weil ich habe ja im Prinzip ein Crowdfunding schon laufen, Patreon und, ähm, ja, ja, man kann beides machen, muss mal gucken, wie kriegt man das hin, dass irgendwie alle ungefähr, ähm, das Gleiche bekommen und die Patreon-Leute auch das bekommen, was die Kickstarter-Leute bekommen und ich denke mir einfach, nee, ähm, kann man mal machen, ist vielleicht irgendwann für die Zukunft mal angedacht, aber aktuell, ähm, Patreon ist einfach eine super Sache, alle, die mich da unterstützen, große, große Dankeschön, äh, das haben jetzt auch im letzten Monat tatsächlich einige Leute hier im Pledge erhöht, verdoppelt, weil sie einfach geschrieben haben, hey, du hast gerade einen super Output, das macht super Spaß, dir zuzugucken, ähm, richtig viel Content, finde ich richtig gut, gerade für so einen, Ein-Mann-Projekt, das wollen wir natürlich fördern, damit du das auch alles, ähm, stemmen kannst und weitermachen kannst und noch mehr machen kannst und da großes, großes Danke an alle, ähm, wie gesagt, wenn ihr da irgendwie mehr wissen wollt, guckt einfach mal in die Beschreibung, da gibt es eben auch was zu Patreon, ich werde auch versuchen jetzt nicht irgendwie in jedem Video, in jedem zweiten Video davon zu reden, aber immer mal wieder, es kommen ja auch immer irgendwie so zwei, drei, vier neue Abonnenten pro Monat dazu und dann, nö, sagen, dass es es gibt, ist ja mal ganz okay und wer dann mitmachen will, macht mit, wie gesagt, vielen Dank an alle, die mitmachen, auch vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und jetzt nicht mehr dabei sind, das ist ja auch völlig legitim, dass man sagt, hey, ich unterstütze das, nütze Kugis-Train nicht mehr und dann bin ich wieder raus, ähm, aber gesagt, dadurch kann ich das eben weitermachen, euch eben auch solche Videos machen, diese ganzen Kickstarter-Vorschau machen, mir die Zeit nehmen, euch die ganzen Videos für, äh, die jetzt eben zu spielerscheinen, eben dann auch schon zu machen und, ähm, das euch alles zu zeigen und hoffe, ihr habt da genauso viel Spaß dran wie ich und das war's von mir für heute, ich sage bis bald und tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018